Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat sich erneut offen für die Einführung der Todesstrafe gezeigt. Bei einer Kundgebung in Istanbul am Abend sagte er vor hunderttausenden Anhängern, wenn das Volk die Todesstrafe wolle, würden die Parteien diesem Willen folgen. Erdogan kritisierte in seiner Rede außerdem die deutschen Behörden für die Entscheidung, ihn bei einer Großdemonstration Ende Juli in Köln nicht per Videoübertragung sprechen zu lassen. Politiker von CDU und CSU drängen angesichts von Rekordsteuereinnahmen auf Entlastungen für die Bürger. Der Wirtschaftsflügel der Union will dazu heute ein Reformkonzept vorstellen. Es sieht laut Informationen der Süddeutschen Zeitung bis 2020 Steuererleichterungen von insgesamt 30 Milliarden Euro vor. Demnach sollen unter anderem die Werbungskostenpauschale und der Freibetrag für Kinder angehoben werden. Außerdem soll der Spitzensteuersatz erst für Jahreseinkommen ab 60.000 Euro gelten. Die Grünen wollen mit einem Gesetzentwurf eine rasche Entschädigung für homosexuelle Männer vorantreiben, die nach dem früheren Paragrafen 175 verurteilt wurden. Nach einem Bericht der Funke Mediengruppe spricht die Bundestagsfraktion in ihrer Vorlage von einem monströsen Schandfleck des Rechtsstaats. Angesichts des Alters der Betroffenen dränge die Zeit. Justizminister Maas hatte im Mai angekündigt, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Bis Ende der 60er waren in Deutschland mehr als 50.000 Männer nach Paragraf 175 verfolgt und teils zu Haftstrafen verurteilt worden. Im Osten Mexikos sind durch die Folgen des Truppensturms Earl mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Vielerorts lösten die heftigen Regenfälle Erdrutsche und Schlammlawinen aus. Zahlreiche Häuser wurden von den aufgeweichten Erdmassen mitgerissen oder stark beschädigt. Hunderte Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Der Truppensturm war am Donnerstag mit Hurrikan-Stärke auf das zentralamerikanische Festland getroffen. Die Tagesschau meldet sich wieder um 6.30 Uhr. Hier geht es weiter mit Susann Link, Till Nassif und Oka Gundl.